Hallo und guten Tag! Der EKN Fundraisingpreis ist wieder da. Mein Name ist Kathrin Lindus-Schröder, ich bin die Fundraising-Referentin der EKN und freue mich auf Ihre Bewerbung. Mitmachen können alle Gemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und die Einrichtungen der Diakonie Hessen, sofern sie mir bis zum 31. Oktober 2019 ihre Bewerbung zu senden. Preise gibt es in drei Kategorien, für das beste Fundraising-Konzept, für die beste Kreativität und für die beste Außenwirkung und außerdem werden wir noch die beste Fundraising-Glücksgeschichte mit einem Sonderpreis prämieren. Was genau mit diesen Kategorien gemeint ist, finden Sie auf der Fundraising-Homepage der EKN, die Sie hier unten eingeblendet sehen. Wie Sie beim Lesen merken werden, haben alle vier Themen überhaupt nichts mit Geld zu tun, was natürlich Absicht war, weil Fundraising im kirchlichen Kontext vor allen Dingen Beziehungsarbeit ist. Mitmachen lohnt sich übrigens sehr. Für die Erstplatzierten gibt es 5.000 Euro, für die Zweitplatzierten einer Kategorie 2.500 Euro und auf die Drittplatzierten warten 1.500 Euro. Weitere Details zu den Teilnahmebedingungen und Bewerbungsunterlagen finden Sie auf der schon erwähnten Fundraising-Homepage der EKN. Machen Sie was draus, ich freue mich auf Ihre Bewerbung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017